Möglicherweise, wir haben es gerade angesprochen, ist das jetzt der letzte Elfmeter, der hier im Niederrhein-Pokalfinale 2015 geschossen wird. Denn verschießt Kaspari, ist RWE Niederrhein-Pokalsieger. Er hat sich bei Hingrich, läuft an, schießt. Oh, die Gäste! Züge Männer, auf nach Berlin! Jungs, sind wir komplett? Wo willst du denn hin? Zum Bardorf, ich muss nach Berlin. Zum Bardorf, nach Berlin? Komm, Schlag 1! Ja, komm, wir nehmen dich mit! Komm! 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 Mach! Komm! Komm! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.